Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, was es in Schwimmbädern mit der Wasseraufsicht auf sich hat? Beziehungsweise was heißt es überhaupt Wasseraufsicht zu machen? Und welche Anforderungen werden an das Personal in der Wasseraufsicht gestellt? Genau das erfährst du jetzt hier in diesem Video. Also let's go! Ja, grüß dich da draußen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist David Ackermann, ich bin von SchwimmbadTV und wir schauen uns heute mal das Thema Wasseraufsicht genauer an. Und da stellt sich mir direkt von Beginn an gleich mal die Frage, was ist überhaupt die Wasseraufsicht? Ja, du kennst es ja sicherlich auch von deinem letzten Schwimmbadbesuch vielleicht. Du bist Schwimmen, Baden oder Planschen und das Personal vor Ort, also der Fachangestellte für Bäderbetriebe oder der Rettungsschwimmer am Beckenrand, die haben dich immer im Blick, zumindest indirekt. Und genau das nennt sich, wie es ja der Name schon sagt, die Wasseraufsicht. Aber die Wasseraufsicht ist im Grunde nur ein Teilbereich, also ein kleiner Bereich von vielen anderen, die unter die Beaufsichtigung des Badebetriebs fällt. Also immer wenn du mit deinem Eintritt ins Schwimmbad kommen kannst, dann findet ein Badebetrieb statt. Und der muss beaufsichtigt sein und natürlich muss auch eine Wasseraufsicht gestellt sein. Ja, weitere Teilbereiche bei der Beaufsichtigung des Badebetriebs sind zum Beispiel Ansprechpartner zu sein. Damit verbunden vielleicht auch Seelsorger, Mentor, Coach, Freund und Helfer, Enkel und Enkelinnenersatz, Psychologe, trainierter Ersthelfer, Lebensretter, Ordnungshüter und vielleicht auch in manchen Situationen ein Spielverderber. Du bist aber auch derjenige, der bei Unfällen im Wasser, wie zum Beispiel der Ertrinkungsfall, rettet, der der erste Hilfe leistet und am Ende natürlich die Rettungskette einleitet. Ja, jetzt kennst du die Wasseraufsicht sicherlich als die einzigste Aufgabe, die in dem Beruf anfällt. Zumindest die Tätigkeit, die du mit deinem Badaufenthalt sehen und beobachten kannst. Und genau hier beginnt das Klischee des Bademeisters Stopp. Denn viele der Aufgaben, die in einem Schwimmbad anfallen, die werden auch schon vor dem Badebetrieb, am Ende bzw. während des Badebetriebs im Hintergrund erledigt. So zum Beispiel die Betriebsaufsicht, also die Aufsicht über die technischen und baulichen Anlagen, die Kontrolle der Wasserparameter, die Dokumentation, die Reinigung und vieles mehr, aber das ist ein eigenes Video. Schauen wir uns doch mal den rechtlichen Zusammenhang dieser Bereiche mal genauer an. Ja, die Betriebsaufsicht und die Beaufsichtigung des Badebetriebs mit eben diesem wesentlichen Teil Wasseraufsicht, die ergeben sich aus der Verkehrssicherungspflicht. What? Ja, die Verkehrssicherungspflicht besagt, dass derjenige, der eine Gefahrenquelle schafft oder unterhält, Vorkehrungen zum Schutz Dritter zu treffen hat. Aber was für Gefahrenquellen, was für Gefahren und vor allen Dingen, wer ist denn eigentlich Dritter? Naja, ganz einfach. Der Schwimmbad zählt im rechtlichen Sinne als Gefahrenquelle. Der Betreiber schafft und unterhält diese Gefahrenquelle und ist somit verpflichtet, dich also Dritter vor unvorhersehbaren Gefahren zu schützen. Das tut er übrigens, indem er Erfüllungsgehilfen, also fachkundiges Personal, eben das Schwimmbadpersonal einsetzt, um diese Aufgaben für ihn auch umsetzen zu können. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Stell dir vor, du bist im Schwimmbecken und plötzlich verschluckst du dich. Du verlierst die Orientierung, du bekommst Panik und bist auch als trainierter Schwimmer eigentlich schon mitten im Ertrinkungsprozess. Und jetzt ist keiner da, der dir in deiner Notlage helfen kann. Die Folge ist dann natürlich klar. Damit würde der Betreiber des Schwimmbades, also derjenige, der die Gefahrenquelle schafft und unterhält, seiner Pflicht nicht nachkommen. Er verletzt die Verkehrssicherungspflicht und kann damit schadensersatzpflichtig gemacht werden. Übrigens ein wichtiger Tipp, Kinder unter sieben Jahren unterliegen der Aufsichtspflicht der Eltern, auch im Schwimmbad. Was tut man eigentlich bei der Wasseraufsicht? Im ersten Schritt legt der Betreiber fest, wie viel Wasseraufsichtspersonal er einsetzt. Das tut er nach verschiedenen Kriterien wie die Art und Größe des Bades, die Frequentierung, die Gefahrenquellen wie zum Beispiel Rutschen, Sprungtürme oder Strömungskanäle. Danach wird jedem Einzelnen, der in der Wasseraufsicht eingesetzt wird, ein bestimmter Bereich zugeordnet. Zum Beispiel der Peter wird von 11 bis 12 in der Wasseraufsicht am Erlebnisbecken eingeteilt. So nun wählt sich der Peter mehrere Standorte aus, wo er das Erlebnisbecken am besten überwachen kann. Und genau diese Standorte wechselt er im Grunde regelmäßig, um immer den besten Blick auf das Erlebnisbecken zu haben. Sollten sich gefährliche Situationen ergeben, dann schreitet Peter präventiv ein, um Unfälle zu vermeiden. Wann könnte es gefährlich werden? Was ist im Rahmen? Was geht überhaupt nicht? Das heißt, du brauchst neben deiner Eigenschaft Lebensretter und Ordnungshüter zu sein, ein gewisses Gespür, ein Gefühl für den Menschen, für die Situation, für den Moment, der sich gerade in deinem Aufsichtsbereich abspielt. Und deswegen sind deine persönlichen, deine sozialen Kompetenzen in diesem Bereich enorm wichtig. Ich habe beispielsweise in meiner aktiven Zeit zahlreiche Aufsichtsstile kennengelernt oder kennenlernen dürfen, beziehungsweise über die Jahre hinweg studiert und hier hat jeder so seine eigene Präsenz, seinen eigenen Flow. Aber wichtig am Ende ist, präventiv Unfälle vermeiden. Ja, welche Anforderungen musst du jetzt erfüllen, um in der Wasseraufsicht tätig zu sein? Ja, zunächst mal die allgemeinen Anforderungen sind, du musst 18 Jahre alt sein. Du musst körperlich und geistig geeignet sein. Du brauchst unbedingt einen Erste-Hilfe-Kurs mit HLW, also Herz-Lungen-Wiederbelebung, der nicht älter wie zwei Jahre alt ist. Du musst vertraut mit dem Bad und den betrieblichen Abläufen sein. Und zu guter Letzt musst du rettungsfähig sein. Du brauchst also einen Nachweis über die Rettungsfähigkeit. Rettungsfähig bist du, wenn du eine erfolgreiche kombinierte Rettungsübung nach den Kriterien der Richtlinie 9405 nachweisen kannst. Ja, wenn du das Rettungsschwimmabzeichen in Silber absolviert hast, das kannst du bei der Wasserwacht oder bei der DLRG machen. Oder wenn du den Nachweis über genau diese Kriterien hast aus einem anderen EU-Mitgliedstaat. Ja, wenn du dich jetzt gerade angesprochen gefühlt hast, beim Thema Wasseraufsicht, beim Thema Schwimmbad, weil du vielleicht noch einen Nebenjob suchst, weil du gerne unter Menschen arbeitest, weil du dich vielleicht umschulen möchtest, weil du sagst, Mensch, das ist ein geiler Beruf, dann schreib mich einfach an und wir suchen gemeinsam im Bad, in deiner Nähe die Möglichkeit für dich, in Zukunft der Wasseraufsicht nachzukommen. Ich freue mich, wenn ich bei dir ein paar Aha-Effekte erzeugen konnte und freue mich natürlich, wenn du wieder einschaltest bei einer weiteren Folge hier auf Schwimmbad TV. Mein Name ist David Ackermann. Bis zum nächsten Mal. Servus.